Hallo everybody! Da bin ich wieder mit Zeppelin, Giants of the Sky. Wir haben unser zweites Luftschiff in Dienst gestellt. Und... Und... Ja, genau, Exeggutor ist er noch. Dann machen wir das neue Schiff als Startklar. Kaufen wir den Treibstoff. Und das wird jetzt mal nach... New Delhi fliegen. Mal gucken. Rosette ist nirgendwo in Sicht. Alles klar. Dann machen wir 1.200 raus. Dün 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 dün. Ach, das dauert hier wieder mal. Komm! Schneller! Schneller! 1.200? 50 Passagiere? Ja, Sir. Alles klar. Und auf geht's. Ich glaube, die Exeggutor ist sowieso unterwegs. Toll, die Exeggutor ist gerade repariert worden und schon wieder auf Good. Ich muss mit meinen Arbeitern mal über den sprechen. Äh... Die, äh... Vejo-Flar ist doch gerade auch erst raus und jetzt schon auf Good. Ja, das meinte ich mal vorhin. In einer der letzten Episoden, wo ich sagte... Frisch aus der Werkstatt, aus der Fabrik und schon auf Good. Obwohl das Ding noch gar nicht geflogen ist. Okay, es wird sehr bewölkt. Gut. Damit fliegen wir mit beiden Scherp wieder zurück nach... äh... Berlin und schicken beide sofort in die Werft. Und fahren zurück nach Berlin. Jawoll! So. Das gleiche machen wir auf den zweiten Zeppel hier. Ach, okay. Wieso? Hat doch Gas um Full. Oh! Habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr das gerade gesehen? Hier ist Helium-Ball. Und... ...williger als... ...als... ...als Wasserstoff? Dann machen wir jetzt folgendes. Nein, das machen wir nicht. Dann switche ich Libby um. Ja. Bitte auf Helium umstellen. So, und wir fliegen. Und wir fahren jetzt zurück nach Hause. Gucken. Da ist nix. Zurück nach Berlin. 1200. Jawoll! Da spült man langsam wieder Geld in die Kassen. Und... auf geht's! Ja. Beide Zeppeline müssen auf jeden Fall gleich wieder gewartet werden. Beide Zeppeline müssen auf jeden Fall gleich wieder gewartet werden. Ein Langstrecke-Rekord. London. New Delhi. American... ...Research? Ein amerikanisches Fortinstitut ist... ...Ahh... 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 ...An einigen Luftschiffen interessiert. Mal gucken, wo ist das? Ich hoffe in New York. Dann könnten wir... ...aahhh... ...Vielleicht über den Teich fliegen... ...to Tender... ...within... ...next... ...three... ...weeks... ...in New Orleans! Ach Gottchen! Das ist ja hier! Hümmf! Da! Fuck, 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 fuck! Okay, wir machen jetzt folgendes. Ähm... ...wie geplant... ...wir stecken jetzt erstmal... ...beide Luftschiffe... ...in der Reparatur rein. Na, guck mal. Das ist der Unterschied hier. Hier ist der Wasserstoff... ...verdammt teuer. Ja... ...also... ...fliegen wir gleich... ...naja... ...gleich ist gut. Also... ...der Zeppelin bleibt auf der Route... ...New Daily... ...Berlin? Und ich glaube, wir können auch nur ein... ...Luftschiff... ...ich wollte nur noch die Arbeiter... ...okay... ...und man kann nur ein Luftschiff gleichzeitig reparieren, wie ihr seht. Das heißt... ...wir können beide reintun. Ich versuch's mal eben. Ich hab das jetzt auch noch nie ausprobiert. Nein! Geht nur ein Luftschiff, alles klar. Dann wird die Executor wieder nach Kairo dackeln. Dann ist New Mexico... ...und wir dackeln zurück nach Kairo. Jawoll, UPSA! Und wir werden danach mit der... ...Weehoffner nach New Orleans fahren. Jawoll, UPSA! Aber ich werd mal wieder Schluss machen... ...und sagen bis zur nächsten Episode von Zeppelin. Tschaui!